hey leute ich wollte noch bevor das video beginnt noch was sagen ja die turnspur ist auch weg weil ich habe versucht selber aufzunehmen beim ersten mal hat es geklappt beim zweiten dritten mal nicht deswegen mache ich jetzt kurz diese anmoderation und sage nur was kurz passiert ist also ich habe weitergelevelt auf 130 und die gruppe wurde aufgelöst und sowas halt auf jeden fall bin ich 130 mit dem krieger und habe beschlossen dass ich das wirklich so mache ab der nächsten folge also dann ist das die 32 werde ich mit dem magefighter spielen und ich mit krieger weil es dementsprechend leichter ist und schneller geht also in diesem sinn viel spaß beim video so Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.